Ich kann nicht sein. Ne, ne. Ich kann denken. Doch, die kommen schon hoch. Ähm, lenkst du die mal ab? Ja, mit Bogen, ey. So ein Wichser. Sack, dieser Bastille, Mann. Ich weiß nicht, wie man so eine Mistgeburt sein kann und nur mit Bogen schießen kann. Statt da seinen Arsch rausholt und mal wie ein Mann kämpft. Aber ne, wie so eine kleine Hure. Nichts können, nichts drauf einfach. Du hättest mit runterspringen sollen gleichzeitig. Wir müssen ja zusammen runterspringen, Bede. Ich hätte ihn vorher, du springst nach mir und gibst ihm den Rest, Alter. Komm. Ne, der stirbt nicht, der Wichser. Ne, der stirbt nicht. Der ist von ganz oben runtergefallen, der stirbt einfach nicht. Das kann es mir keiner erzählen. Der stirbt einfach nicht. So ein Noob. Vor allen Dingen der Skin, wie hässlich der schon ist. Ne, der ist unsichtbar. Ne, der ist nicht unsichtbar. Der ist, der ist leider sichtbar. Ich weiss ne. Den hat man doch irgendwo verbuddelt und nach 10 Jahren ausgegraben wieder. Wenn er den gekillt hat. Dann macht er sie unsichtbar und freut sich. Ich wette, das ist so einer, der 30 Sahnenlücken hat und jeden Tag aufs Maul kriegt. So stelle ich mir diese Mistgeburt vor. Ja, okay, Hacker. Diesen Anal-Huren. Der mit seinen drei Väter immer Gangbang macht und sie freut. Diese widerliche. Guck ihn dir da an. Mach gleich Anti-Knockback an hier. Widerliche Biest. Da. Gleich macht er sie... Ne, ich brauch da ja nicht runtergehen. War doch, bin runtergeflogen. Gleich macht er sie unsichtbar. Pass auf. Kann mir... Ja, halbe Terps. Ne, komm. Springen in den Tod. Habe den Sinn mit so einer Mistgeburt. Nützt es alles, wenn da so eine Mistgeburt ist. Die kleine Mini-Huren hat. Ja, hier noch so eine abgefuckte Niggersau. Gucken die da an. Können sie beide nebeneinander stellen. Immer nur hässlich. Ja, guck, seid doch. Ihr kommt schon hier. So kleine Nutten. Söhne. Ja, guck dir diesen Anal-Bastard an. Ja, sie freut. Diese kleine... Kleine abgekugelte Sau. Gucken die da an. Diesen widerlichen... Ich weiß nicht, wie man... So aussehen kann. Ich will nicht mehr wissen, der überhaupt Eltern hat. Wette mal nicht. Gucken die da an, wie er zurück... Ja, ja. Verbackte Drecksau. Die sind doch schon von innen verschimmelt. Ja, guck, ne, einer kommt da wieder. Das leert Biest. Wie denn? Ich guck dir doch den Skin an. Das war ekelhaft. Welcher normale Mensch nimmt denn so einen Skin? Die Grünen sind schon bei uns an der Base, ne? Ja, oder? Doch. Ich kämpfe gerade an unserer Base. Dieser komische Crazy hier. Ich meine, der Crazy ist ja nicht der Schlimme, Alter. Spielt ja wenigstens noch ganz normal. Aber hier diese... Diese Mistgebot mit den hässlichen Skin hier, ja? Ne. Okay. Ne. 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 Dann fliegt jetzt runter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.